Moin Leute, was geht ab zu diesem neuen Video? Ich erzähl euch heute was. Zwei Sachen. Erste Sache, ich bin gerade im ICE und nicht irgendein ICE, es ist einfach ein ICE 1, der älteste. Baujahr 1993. Ich bin so geflasht, dass der auch mal hier fährt. Ich mag den ICE 1 so arg. Man hat hier nämlich so tausende Abteile. Das ist so toll. Hat man hier noch, ich bin jetzt hier ganz alleine, kann man hier noch so Licht anschalten. Das ist, also besser geht es nicht, dann gibt es hier noch so. Das ist richtig cool. Die Sitzfähigkeit, die Sitze hier sind in der zweiten Klasse. Es ist ein bisschen weicher als im ICE 4 der Deutschen Bahn. Es ist aber eine ähnliche Komfortreihung. Also nicht abgelweicher. Aber ich lage die Sitze trotzdem. Man kann die auch vorstellen. Also hier in diese Position so. Und so ein bisschen nach vorne. Das geht beim ICE 4 auch. Was hier schlecht ist, da bewegt sich nur dieses Teil und das nicht. Das ist im ICE 4 so, dass das und das sich bewegt. Das ist egal. Es gibt hier auch noch so eine Jalousie, die ist ein bisschen runtergekommen, wie ihr seht. Ich weiß nicht, wie viele Bakterien da dran sind. Hier schön altes deutsches Bahnzeichen. Das war früher auch vorne auf den ICEs drauf. Das gibt es jetzt nicht mehr. Das haben die da irgendwie gelassen. Das ist super. Aber zur eigentlichen Sache. Morgen geht es einfach nach Dubai wieder. Zwei Wochen, es geht wieder los. Dubai. Ungefähr eine Dreiviertelwoche. Und dann noch eine Woche auf der AIDA. Prima in Dubai. Ich werde euch so viele Videos machen. Ich mache dort Urlaub. Es wird so geil. Über Silvester. Es kommen so viele Videos. Und bitte liked sie und abonniert mich. Nach dem Urlaub möchte ich 6000 Abonnenten haben. Das schaffe ich nicht mehr. Aber so viele wie möglich. Bitte. Tut mir den Gefallen. Vielen Dank dafür. Bis bald. Auf meinem Kanal. Macht's gut.